Angriff, ihr kleinen, dreckigen Verkaufsautomaten, während ich mein Level verteile hier. Aldemar, HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4. Weiter geht's. Und zwar haben wir zwei, drei Quests hier in der Gegend. Und ich sehe gerade, ich weiß nicht, wo Kate ist. Kate ist immer noch da. Aber da müssen wir die auch mal holen. So, wir gehen jetzt erstmal zum Bürgermeister. Wir haben nun eine Quest auf und dann zu den Apartments. Parkview Apartments oder wie die heißen. Dann holen wir Kate oder erst Kate und dann zu den Apartments. Ich habe jetzt ja meine neue, äh, Pistole. Aber 24 Schuss, echt wenig. Mit, äh, zwei zusätzlichen Projektilen. Hat ja lange gedauert. Richtig gut, ey. Das brauche ich jetzt noch für meine, äh, 38er. Ich weiß gar nicht, die ist noch nicht mal irgendwas, ja. Hier haben wir Chancen 20% auf verkrüppelnden Spines des Gegners. Aber da gibt's auch bessere Versionen von. Die Roboter-Version hat Kate. Die können wir auch gut gebrauchen nachher. Im Dingens. Bürgermeister. Viel Spaß in deinem neuen Zuhause. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun. McDonough. Ah, der Kurier. Ich hoffe, deine Reise verlief ohne Zwischenfälle. Ich nehme an, ihr nächster Bericht ist fertig. Sehr richtig. Dann kommen wir gleich zum Geschäft. Wir haben einen jungen Mann gefasst, der in einer Straße die Hauswände besprüht hat. Wir haben das Zeug beseitigt und den Täter bestraft. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die Railroad dahinter steckt. Direkt in der Stadt zu operieren ist dreist. Sogar für ihre Verhältnisse. Unsere Freunde sollten davon erfahren. Der Rest steht wie immer in meinem Bericht. Vergiss nicht. Er ist nur für Ayo gedacht. Ja, natürlich. Wir lesen ihn sowieso nicht. Wer liest ihn schon? Gute Reise, gute Besserung, gute Preise. Bring den Bericht so. Das machen wir aber jetzt nicht. Jetzt gehen wir wieder runter. Guck mal, hier gibt es noch einen anderen Ausgang. Das habe ich auch noch nie gehört. Abgefahren. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Fahrstuhl ist. Oh nein. Nein, Momo, nicht! So. Sonst wird man für immer erdrückt. Kate! Woo! Cool, ne? Oh man, Kate hat die coolsten Klamotten an ever. Ich glaube, wir stecken im Fahrstuhlfest, Kate. Könnte sein. Ha! Woo! Denny Sullivan. Ey, cool. Ich kann mit ihm reden. Das war nicht gelogen. Morgen kommt meine Karawane mit den ganzen Waren an. Ernsthaft? Und du verarschst mich auch nicht? Oh. In dem Fall will ich gleich mal eine Anzahlung machen. Ich brauche ein paar Teile für das Tor. Hier, bitte. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Hä! 50 Kronenkorken. Damals nahm ist Vermögen. Heute Peanuts. So. Kate. Kate, ja wie er da ist, können wir... Mal... ...dieses hier machen. Gewebeprobe. Da müssen wir dahin gehen. Machen wir das. Wollen wir es abschließen. Dann haben wir direkt zwei Quests, die wir wegbringen können. Oh, da ist ein Garagen. Shit. Überlege, ob ich jetzt erstmal... Oh. Es popst. Ist noch alles Raider. Schade, dass ich meine Leuchtfackel-Pistolen-Dingens nicht habe. Das wäre so schön. Das wäre so toll. Cool, der Wegpunkt setzt hier dauernd selbst um, ne? Oh, shit. Kontakt festgestellt. Möglicherweise. Möglicherweise kann sich ein Gegner... Wow. Fresche. Ein bedauerlicher Vorfall. Sehr gut. Patrouilliert, sichert die Straße. Los. Zinn abschaum. Verkaufsautomaten. Was ist denn hier los? Die Bruderschefs. Oh, wenigstens kann ich... ...aus ihren dreckigen Holomarken irgendwas Sinnvolles rausholen. So, sichert die Straße. Oh nein, Kate! Was denn? Oh. Bitte, lass nicht zu, dass ich den Helm anziehen muss. Du siehst so cool aus. Es sei denn, wir finden was cooles vom Rudel später. Wohngebäude. Wohngebäude. W-w-w-Wohngebäude. W-w-w-w-wohngebäude. Da müssen wir doch... Doch, Apartments. Stimmt, da müssen wir rein. Guck mal, cool, wie die da kniet. Abgefahren. Guck mal, die gucken Fernsehen bis zum Umfallen. Komm, wir probieren jetzt mal unsere neue Waffe aus. Ich kann aber nicht toll schleichen. Wie die vollzieht, ist das übel. Komm, Kate. Wie die vollzieht, die Knarre, ist das übel. Schau, dass die nicht runterkommen. Wer ist da? Mal abspeichern. Komm jetzt her, ich will, dass du in die Mine läufst. Oh, shit. Oben, ne? Ja. Oh, hast du dein Bein verloren? Es tut mir leid. Guck mal. Das Treppengeländer wackelt. Wie lustig. Da liegt das Bein noch. Die wollen nicht. So, da geht's raus. Guck mal. Was ist denn hier passiert? Wow, shit. Im Klo. Bäh, ich will nicht wissen, was die mit dem Siedler gemacht haben. Die sind aber auch ekelhaft. Oh, guck mal. Oh, ne, die Milch nehme ich noch mit. So, hier gibt's aber komm, was zu holen, wollte ich gerade sagen. Guck mal, ob da ein Löffel drin ist. Und? Das wär's. Ein Silbermedaillon. Mhm, mhm. Okay, kein Müll. Es ist alles kein Müll. Ja? Außer Hämmer und so. Nuka-Cola. Nuka-Cola-Flasche. Sehr gut. Oh, ja. Äh, Defense. The Fanny Boys. Hä? Ach so, genau. Ach so, ah. Schreck mich doch nicht so. Jetzt muss ich auf die andere Seite kommen. Ich weiß nicht, ob wir hier oben lang gehen können. Und hier sind Super-Mutanten. Oh, shit. Und ich greife ihn jetzt auch an. Ach, hier kämpfen die Raider gegeneinander. Der Feind meines Feindes ist mein Feind. Und für mich zählt er auf jeden Fall. So. Müssen voll viele Transmittergranaten mitnehmen nach Nuka World. Angriff, ihr kleinen, dreckigen Verkaufsautomaten. Während ich mein Level verteile hier. So. Ich glaube, ich spare bis... Ich muss nochmal an eine Wertbank gehen, um zu gucken, was ich brauche. Aber ich glaube, es war noch ein bisschen unter Schmied. Wegen Dingens. Aber ich spaß mir lieber auf, damit wir genau wissen, was ich brauche. Die greifen an. Und wir looten ein wenig. Und räumen ein bisschen auf hier. Wiei! Ey, wir haben es geschafft. Nicht schlecht. Nein, bräuchte noch. Oh mein Kreuz Oh, oh Mist So Mann, ich muss mich endlich mal angewöhnen Danach zu gucken nach dem Mod Dass man eventuell coolere Zins bekommt Die können ja von mir aus schnell sterben, aber Die sind alle so super hässlich So, als wenn das Institut nichts Ah, da ist die Gewebeprobe Nichts anderes hätte Natürlich Immer Wie schön Splittergranate Ist da unten noch einer? Hallo Oh, nicht runterfallen Boah Alter Okay So, pass auf Jetzt gucken wir mal kurz Hypothesen Luca World Funkgleitstrahl Vault Sonderlieferung Jack Cabot Sprich mit Sprich mit Ellie Achso Das haben wir auch noch Sehe dir den Steckbrief an Kehre zu Rhodey zurück Oh, Rhodey Die da, ne? Ah, tatsächlich Das haben wir Das brauchen wir Und Das hier So, pass auf Okay Ich sehe gerade Wir rennen noch mal kurz nach Diamond City Ach Mist, nochmal Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, Mann Oh, Mann Holy moly Holy moly Mein Gott, Walter Gib mir das Und die ganzen Quests wegbringen Wir werden uns jetzt mal vorbereiten Auf Luca World Okay Ich werde jetzt hier die ganzen Super Muttern nicht umbringen Ich bin froh, wenn ich hier rauskomme So Ich will die ganzen Quests wegbringen Und dann müssen wir mal gucken Was ich mache So Oh Hallo Blutpaket So Diamond City ist ja Gott sei Dank direkt hier Guck mal Ja, ich finde die Verteidigungsmaßnahmen von Diamond City Echt Echt arm Ja Geht schon besser Auf jeden Fall Oh, Mann Ich brauche viel mehr 7, 6, 2 Und ich brauche ein neues Scharfschützengewehr Ach, Scheiße Ich wollte den Repetierer Erholen, ne? Ich wollte den Repetierer als Neues Scharfschützengewehr Einführen Und Taktakt Eventuell Zur Ruhe setzen Ja So schlimm es sich anhört Taktakt war meine Hauptwaffe Im alten Spielstand, ey War auch schon echt übel Taktakt Taktakt So Sprüchen wir erstmal mit Sprüchen wir erstmal mit Elli Schoolhouse Da war ich auch noch nie drin Weil wir haben die Quester hier abgeschlossen Das haben wir total vergessen Valentine Oh Oh Wo ist das mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ich hab Kenjis Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden Sie ist wieder zu Hause Gesund und bunter Das ist toll Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen Schöne Abwechslung Ich danke dir für deine Mitarbeit Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast Lass von dir hören, Spürnase Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen Du verteilst die Lorbeeren nur an unseren Freund hier Ich will dich nur auf Trab halten, Nick Das haben wir auch endlich abgeschlossen Na gut Hey, darfst du mal was fragen? Nein Nein, Nick, wir reden nicht Musst du nicht irgendwie Nuka-Cola verkaufen oder so? Okay, frag Es ist nur All das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist Du machst da einiges durch Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst Warum fragst du? Ich hatte gerade erst selbst mit dem Übergang zu kämpfen Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte Gott sei Dank fand ich Diamond City Die Stadt ist nicht perfekt, klar Aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute Vielleicht sogar mehr Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der zerbrochenen Maske Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken Zerbrochene Maske? Das war lange bevor ich in die Stadt zog Aber offenbar kam eines Tages ein Herr nach Diamond City, um bei Power Noodles zu essen Offenbar hat ihm das Essen nicht gemundet Er zog seine Pistole und schoss auf die anderen Gäste Als die Sicherheitskräfte ihn dann ausreichend durchlöchert hatten, stellten sie fest, dass er voller Servos und Schrauben war Genau wie meine Wenigkeit Hatte wohl eine Fehlfunktion Ist durchgedreht Damals wurde den Leuten klar, dass Süns langsam nicht mehr aussahen wie ich, sondern mehr wie sie selbst Wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hatten, hatte ich echt Glück, dass die Leute mich überhaupt in die Stadt gelassen haben Das CPR Massaker? Was war das denn? Die Commonwealth Übergangsregierung Vor vielen Jahren versuchte eine Reihe von Siedlungen, einen Bund zu gründen Jede Siedlung mit auch nur einem Hauch Einfluss schickte Vertreter, die Verträge aushandeln sollten Aber das Institut schickte einen eigenen Vertreter Einen Sünd, der sämtliche anderen Vertreter bei den Gesprächen umlegte Commonwealths Übergangsregierung war Geschichte, bevor sie überhaupt gegründet wurde Kurz darauf bin ich in die Stadt gezogen Ich hatte echt Glück, dass die mich nicht direkt wieder weggejagt haben Krass, das wusste ich gar nicht Tja, aber jetzt bin ich ja Sündangestellter, jetzt kann ich das verhindern Warum wolltest du überhaupt unter solchen Fanatikern leben? Angesichts der Umstände konnte man es ihnen nicht verübeln Aber die Leute hielten ganz schnell die andere Wange hin Als ich mit der Tochter des Bürgermeisters auftauchte Ein Mädel ungefähr 15 Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts Die junge Miss Roberts entschied sich mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen Den sie gerade einmal einen Abend lang kannte Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerwande Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion Aber ihm war das egal Das Leben in der Stadt war anfangs hart Aber ich zeige immer offen, was ich bin Und den Leuten schien das zu imponieren Du bist kein Spion, oder? Test, Test, hallo Institut, können Sie mich hören? Kein Schimmer Falls ja, läuft der Plan des Instituts bestens Informationen über alle weggelaufenen Kinder des Commonwealth zu sammeln War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte Als Mädchen für alles in Diamond City Wollte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte Also kamen sie zu mir, wenn jemand vermisst wurde Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit Geht zum Sünd Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss Hol Nick Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete Ich war zwar noch immer Nick der Sünd Aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden Lange Geschichte Aber ich hoffe, sie hilft Sollen wir dann los? Äh, los, wohin? Du kommst nicht mit Hier habe ich noch die ganzen Quests Die muss ich noch annehmen Aber, äh, ach egal, was sollst Der Marty Bullfinch-Fall Marty war Nicks Partner Betonung auf wahr Er muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, uns nach so langer Zeit um Hilfe zu bitten Marty und ich waren nicht immer einer Meinung Hauptsächlich, weil er ständig betrunken in irgendwelchen Bars rumlag Ach komm, Nick Denk an eure guten Zeiten Was? Du meinst deine Kündigung? Hey, und daran denke ich am meisten Laut einiger Quellen hast du den Angriff des Instituts auf die Pridwen angeführt Also willst du mir sagen, warum du das getan hast? Warum du dich mit diesen Schreckgespenstern eingelassen hast? Oh krass Da, das ich, äh Was? Ich dachte, du würdest dich freuen, dass deine alten Freunde die Oberhand behalten haben Das setze ich wohl auf die immer länger werdende Liste deiner Fehlschläge Die Bruderschaft auszuschalten Die Railroad All diese Leben verloren Wofür? Damit eine Gruppe verrückter Wissenschaftler nach Herzenslust weiter das Commonwealth ausplündern kann? Ist das wirklich die Welt, in der du leben willst? Oh man, ich fühle mich hier auch gerade ein bisschen schlecht Ja, stimmt, da hat sie recht Pass auf, was du sagst, Nick Du verdankst diesen verrückten Wissenschaftlern deiner Existenz Sie haben dich richtig unter Kontrolle, oder? Seitdem wir uns kennen, hatte ich das Gefühl, du würdest hier was verändern Ich hätte nur nicht erwartet, dass es so werden würde Ach, Jammerlopp Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass Earl sich für mich interessiert hat Und dann haut er einfach ab Typisch Der Earl-Sterling-Fall Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach verschwunden Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen Ich will Earls Fall jetzt schon eine Weile zu den Akten legen Schön, dass du dich dafür interessierst Was denkst du über den Fall, Ellie? Über Earl? Tja, er hatte keine Feinde, Sophie ist sicher Dafür müssten die Leute erstmal wissen, dass es ihn überhaupt gibt Earl war nicht gerade der Typ, um irgendwelche Verbrechen aus Leidenschaft zu provozieren Was sagt uns das? Ich weiß nicht, Nick Das Institut kann es nicht gewesen sein, oder? Das rauszufinden liegt dann wohl an dir Juhu Zwei neue Grätschen machen wir mal nicht Leute Ja, wir müssen hier abspeichern Das Labern hat aber ganz schön gedauert Ich fühle mich trotzdem ein bisschen schlecht gerade Wegen Nick Aber na gut Ich speichere ab Wir sehen uns nächste Folge wieder Da, äh Müssen wir mehrere Sachen machen Ich denke mal, wir teleportieren uns zu Good Warwick Äh, ne, hier nach Atomcats Und dann, äh, äh Institut Also Erstinstitut, dann Atomcats Und, äh Dann überlege ich Ob wir nicht mal, äh, dahin gehen Zu Nuka World Transitzentrum ist Freiräumen Und dann gucken wir mal, wie weit die Folge ist Und dann fahren wir entweder mit der Bahn Oder ich bereite noch vor Ja, aber ich brauch noch Munition und so Also Leute, bis dahin Haut ihr rein Bspwana Bis zum nächsten Mal.